Kurz nach 15 Uhr und die letzten Vorbereitungen für die Geburtstagsparty sind in Gange. Es wurde noch ein großer Ventilator angeschafft, da die Wärmherde gehälter fürs Essen. Getränke sind auch noch verhanden von gestern. Obst wurde bereitgestellt. Und Pierre entdeckte ein Wespennest. Wir sind gerade dabei, die zu betäuben. Da oben sehen wir. Und einige sind schon tot. Wenn die einen erwischen, das tut verdammt weh. Heute Abend bei der eigentlichen Party läuft sowohl thailändische als auch internationale Musik. Und bevor ich da wieder Ager bekomme, werde ich von vornherein meine Musik darüber legen. Das mag ein bisschen die Atmosphäre wegnehmen. Aber ich habe diesmal keine Lust, das Video ein zweites Mal zu bearbeiten. Danke für euer Verständnis. Und da kommt Pierre, um die Wespen zu entfernen. Wir entfernten das Nest mit dem Stiel. Und das komplette Nest ist jetzt in dem Plastikbeutel drin. Da oben ist nichts mehr, zum Glück. So langsam entsteht ein wenig Aufregung. Und dann reißen wir ein paar Leute an. Da wird noch ein Pick dahingestellt. Auch Christian ist eingetroffen. Einmal sitzt auch wieder da. Und warten wir mal, was sich heute Abend tut. Und da wird noch ein paar Leute, das ist gut. Ja der einfachheit halber rücken wir mal die Tische alle zusammen und ich zeige euch das Buffet noch mal kurz hier, ohne dass Leute davor herumlaufen. Alles ziemlich lecker aus hier. Hier noch mal Tintelfisch und mal wieder keine Ahnung. Vorspeise. Mein Essen mal wieder. Mein Essen. Ja. 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 Ja, will man machen? Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.